Hallo Leute, ich bin Legan Killer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Quick-Tip-Video zeige ich euch mal, wie ihr ein paar Maps downloaden könnt aus dem Workshop, um besser Smokes, Molotows und Flags und so weiter zu üben. Dafür geht ihr hier oben auf Bibliothek, dann auf Counter-Strike, anschließend hier unten auf Workshop. Dann könnt ihr hier rechts, ich gehe meistens immer auf Custom Maps unten oder Game Mode Custom machen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel Inferno als Beispiel. Einfach auf das Plus drücken, dann abonniert ihr das und ihr wird das jetzt hier unten anfangen zu downloaden. Und ich glaube, ich habe den Map schon vorhin gedownloadet. Dann seht ihr, auf der Map sind dann überall so Kreise, wo dann draufsteht, was ihr machen müsst. Jump for, jump for und hier gibt es auch ein Video, Ton ist aus, alles klar. Und dann sieht man, nimmt das auf, ich glaube die Quali ist einfach nur so schlecht. Und dann sieht man auf jeden Fall, ich spule einfach mal vor, natürlich schön falsch vorgespult. Ihr müsst dann einfach euch irgendwo hinstellen und dann wird euch angezeigt, wo ihr hin-aimen müsst. Und dann könnt ihr gucken, wie die Smoke fliegt. Und hier hat das einfach alles vorgegeben. Um das Spiel dann zu starten, müsst ihr einfach am besten irgendwie ein Bot-Game machen, dann oben auf Workshop geben. Und dann sucht ihr einfach die Map raus, die ihr haben wollt, beziehungsweise was ich gedownload habe. Ihr müsst halt immer gucken, es gibt auch verschiedene Maps. Ich gebe einfach mal hier Training ein. Gucken, okay. Ihr müsst halt immer gucken, eventuell Smoke Training oder sowas eingeben. Oder Smoke Grenade. Ihr müsst halt gucken, was ihr da eingebt. Einfach mal ein bisschen was rumsuchen. Smoke Test, Smoke hier Inferno, wieder Smoke. Das zwei Smokes. Und dann einfach auf das Plus drücken und die abonnieren. Und ja, das war es auch mit den Quick-Tipps-Videos. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.